Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Ja, letztes Mal hatte ich hier ausgemacht. Halt. Und jetzt gehen wir einfach mal hier gucken. Weil mich würde gerade mal interessieren, was das für ein Pferd ist. Ein Nakota, F1. Lassen wir doch mal gucken. 25 Prozent. Ungewöhnliche Feldfarbe geritten. Nein, maximale Verbundenheit erreicht 0. Gewöhnliche Feldfarbe geritten. 0 von 2. Untersucht. Okay. Nakota sind Rennpferde. Man erkennt sie an ihrem kräftigen Körperbau und dem stämmigen Bein. Sowohl der Mohrenkopfschimmel als auch der Weißkopfschimmel können in der Wildnis gefunden werden. Während braune gescheckte Nakotas in einem Stall gekauft werden können. Die Rasse ist bekannt für gute Gesundheit und leichte Handhabung. Was Geschwindigkeit und Beschleunigung angeht, können sie es mit vielen anderen Rennpferden aufnehmen. Da ereignen sie sich perfekt für schnelle Reisen und über kurze Entfernung. Okay, kurze Entfernung ist natürlich nicht so toll. Aber okay. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen das Vieh einfach mal. Jetzt haben wir dann schon drei Pferde. Die Typen brauchen es ja auch nicht mehr. Achso, ich reite übrigens gerade in die falsche Richtung, sehe ich. Aua, sorry, Pferde. So, Pferd Nummer 3. Ähm, Pferd, wir könnten ja eigentlich mal, weiß ich nicht, dem was zu fressen geben. Quatsch, Messer weg. So, dann gucken wir heute mal. Wir waren ja auf jeden Fall zu diesem Quest unterwegs mit dem Typen da. So. Ach, ich kann hier keine Waffen nutzen. Ja gut. Ich wollte ja gerade auch keine Waffen nutzen. Ich wollte das Pferd hier mal streicheln. streicheln. Ja, ist schön, dass du mir hier noch einen vorkackst. Das ist ein guter Mädchen. Hier ist es auch ein Girl, okay. Wir reiten einfach mal mit einer Horde von drei Pferden hier hinein. Verbundenheit erreicht. Stufe 1, sehr schön. Da steht übrigens auch ein Pferd. Ja gut, das gehört wahrscheinlich denen hier. So, warte mal kurz. Ich setze mal kurz hier ab. Ich will jetzt nur mal gucken, ob wir hier... Eventuell, guck mal, jetzt können wir sogar striegeln. Streicheln und fliehen. Ach ne, fliehen soll das Pferd, ja. So, okay. Gut, dann. Schauen wir mal halt. Dann können wir doch eigentlich, wenn wir doch eh hier sind... ...oder sein sollen, führen, eh. Hier haben wir jetzt drei Pferde bei uns. Keine Ahnung. Reben beim Stall, okay. Eigentlich genieße ich das gerade ja ernsthaft, ne. Hier so... ...die ganze Atmosphäre... ...da Armosphäre... ...winde das letzte Mal. ...da Ist noch mal. irgendwie schon alles richtig geil gemacht ja sind zwei kutschen zwei pferde keine ahnung aber warum zwei kutschen mhm Eine Familie von Degenerates. Oh, naja, niemand mag Degenerates. Hagener, inbred sonn. Sie verletzten diese Stadt. Sie hat meinen Papa gebeten, du wißt du. Das ist nicht richtig. Problem ist, wir können nicht sehen, um zu nahe zu kommen. Und? Wir haben Gold, Yankee. Wir haben Gold. Ich bin kein Yankee, Freund. Ich bin nichts. Mein Vater kam auf dem Boot aus Schottland. Ich bin Schottisch. Und die Braithwaite? Ich bin Schottisch. Ich bin Schottisch. Mongols. Schleifuckers. All you gotta do is look at them. Wie viel Gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you... 5,000. 5,000. For horses. Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fell over there, we'll run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Mm-hmm. Just keep us away from this, publicly, I mean. My sense is we keep all horse rustling away from the public. Hm. Hm. Knock on. Fight on. Hit. 爷... Don't you guys like the Jeans. Musik? What? Das ist ein verrückter Mann. Du solltest die Braithwaite sehen. Osea und Sean haben wir über die Braithwaite zu gehen. Sie haben noch nicht gesehen? Nein, noch nicht. Wenn sie schon da sind, dann besser sie ihre Hände zu halten. Wir brauchen das nicht mehr kompliziert als es schon ist. 5.000 Dollar für Horses. Wir haben die falsche Leute verabschieden. Ja. Ja. Er weiß nicht, was er spricht. Aber wenn wir noch ein halteres davon haben, dann wird es wert. Wie werden wir das spielen? Der Ort ist gut gehalten. Also, da gibt es keinen Sinn in der Blastung in da. Wir machen sie denken, dass wir da schauen, um zu kaufen. 3.000 Dollar? Ihr wäre armiert, wenn du 5.000 Dollar für Horses warst. Wir müssen nach hinten gehen. Wir brauchen zu viele Fragen. Wir brauchen zu viele Fragen. Wie geht's? Hey! Warte, da ist ein Horses. Ich spreche mit ihnen, okay? Alles klar, dann. Kann ich dir helfen? Ja, wir sind hier, um ein paar Horses zu sehen. Horses? Ja, wir hatten eine Verabschiedung. Mit Mr. Braithwaite, glaube ich. Ja, ich habe noch nie gehört. Ein Partner wollte ein sehr wichtiges Investition in ein paar Stables hier. Aber vielleicht sollten wir nachher schauen. Okay, jetzt fährt der Diebstahl. Mal gucken. Mh-hmm. Kein Grund zur Eile, deshalb reiten wir auf. Schanella. Ich glaube, das endet eh wieder in einer Schießerei oder sowas. Okay. Ich glaube, das ist die Städte. Es ist gerade vorne. Es ist unten. Wenn es hier unten ist, geht es gut. Gehen es um den Fronten. Gehen wir nach hinten. Gehen wir nach hinten. Gut, geht's hier. Ich werde die Gute. Mhm. Mhm. No officially. Of course. Well, this here's Cerberus. Here you go, Bulk. Aha, greaser, huh? Okay. Bandana's on. Um... Nobody recognizes us. Alright. I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Hey, easy now. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Easy. It's okay. Okay, tough guy. Ah, das war dumm. Easy, easy. Easy there. Easy there. Easy there. Whoa, easy. Whoa, now. Easy, easy. Hey, was denn jetzt? Fehlgeschlagen. Du hast zu lange auch das Pferd zu stellen. Ja, super. Wenn das Pferd sich ja nicht streicheln lässt und führen und keine Ahnung ist. Das ist doch doof. So, dann schauen wir jetzt mal. Okay. Okay. Ja, wenn der denn das jetzt mal machen würde. Okay. I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy there and easy now. Och, fuck. Du sollst das Pferd nicht schlagen, du sollst es führen. Aber das geht bei mir nicht. Ich weiß nicht, was der will. Hm, jetzt geht's. Du loformationst hast. Hm, 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 hm. Hmh Hmh Hm, hm Stop! Stop! We're being robbed! I said stop these men! They're sending out rioters! Go! I'll hold them off! Go left! Into the fields! Look there! The fence is down! Come on! Let's try to lose them in the tree! Aber wir haben nur drei Pferde geklaut, das ist doch... Hm. Naja. Hm. Hm. Mhm. Hm. Whoa! You okay there, boy? Shit! One of the stallions is loose! Keep going! I'll get him! Gotcha! Hey! Hey! Hm. Hey, Morgan! Over here! You got him! Well done! Women's Cove is just over there! Come on! Let's get this over with! Well... That could have gone smoother! That'll be on my gravestone! Hm. Come here! You think they look like they're paying 5,000 for horses? I guess we'll see! I guess we'll see! Hm. Dita, okay. Easy! Now, come here! Hm. 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 John. Arthur. Javier. So, what are you? Cuban? No. I don't like Cubans. Hm. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe... I like Cubans. Ha, 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 ha! Woo! You're funny! He's funny! Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Ah. Sure. Yeah. I know these horses. They... They ain't yours. But I like you. And I'll give you... I can give you $650 for them. Hm. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the boon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it? Or you wanna ride them fellers into town? And maybe someone there'll hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here. Take it, or leave it. Uh-huh. Alright. You goddamn fool, Austin. Ain't no one around here got $5,000, boys. But nice meeting ya. See you boys again, I hope. Come on. Yup. Close the gate, Clive. Ganz ehrlich, ich würde die beiden erschießen. Das Geld nehmen und ähm... Gut, die Pferde an, da weiß ich keine Ahnung. Hm. Hm. Hm-hm. Hm-hm. It's läuft, yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So, what do you think of this place? Better than your little hermit camp, right? Good morning. It's okay. wir jetzt alles gekauft und keine ahnung was er ruft was auch immer die dame möchte so mit dem da können wir angeln gehen oder was keine ahnung dann sollte die dippen die pferde vielleicht mal füttern wenn die hungrig aufsehen aussehen und nicht immer darauf warten dass ich das mache so jetzt müssen wir noch mal zu der dame da zurück die ja irgendwie die ganze zeit arthur schreit worum er die ist nee das ist dann nicht welche werden dies hallo hat die da die will domino spielen domino spielen will ich nicht so dann machen wir jetzt mal hier bringen das heute zur futterstelle thanks for help with the horses hmm i know you can hear me hmm irgendwie wird denn jetzt hier falsch was soll ich denn jetzt hier machen aufheben sack good morning oh ja moin moin damn it pearson y'all sure are well supplied hmm ja wir heben einmal einen sack auf der titen wir denn jetzt auch jetzt muss ich hier mal kurz gucken aufheben mit einmal ok will er den einmal im fluss ok auf zum fluss irgendwie kann ich die dame nicht grüßen ich weiß nicht warum aber wir können nicht grüßen wäre ja schön zu wissen warum man nicht grüßen darf wer stehe wer will ich nicht vielleicht sollten wir jetzt mal zudem mit den fischen gehen ich würde nämlich gern wieder fischen gehen vielleicht doch nicht ich weiß es noch nicht ja das ist halt ok dann geht's mal jetzt angeln Ja! Been a while since we rode out, just you and me. Probably since we went looking for John on the mountain. Uh, heh. Already seems long ago. How you feel about everything? Been a strange couple of months. Hey, you know, I can't even return to my country because the price of my head is so big. This? This is nothing exactly new to me. And I'll always be loyal to Dutch. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we'll fight. If we have to run, we'll run. If we must die, we'll die, but we'll stay free. And Dutch, you, you don't feel like, well, that he's doing things a little differently now? You saw what happened with that girl on the ferry. No fight, good or bad, is one without blood. I know that better than most. I think too many people are focusing on Dutch, when they should be looking at themselves. What they could have done better. Ah, maybe you're right. We'll cut through to the right here. Whoa! I don't know where he's going right now. I'm good. I caught some beautiful steelhead trout. You mean the Lanahassie River? No, 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 no. The Lanahatchie. It runs right near here. Yeah, but it's pronounced Lanahassie. Why is everything in English said differently than it's written? Make us feel stupid? Oh, you're asking the wrong fella. Okay, he's just down the hill here. Despacio. Hey, what are you doing? Okay, come on. Let's go try our luck. Mhm. Mhm. Pretty country. Ah, beautiful. Mhm. Come on, let's go see what's biting. Mhm. Wahrscheinlich gar nix bei meinem Glück. You take this spot, Arthur. I'm going to cast from over to the right there, so we're not on each other's way. Mhm. Mhm. Steinbarsche blau. So bla bla. Mhm. Sehen ihr vielleicht? Mhm, ich weiss. Die Zeit der Tag kann wirklich eine Unterschiede sein. Sie beenden in der frühmorgens oder in der frühmorgens, denn das ist dann die Insekten mehr möglich sein. Wir sind Glück, wir haben so schönes Wetter. Aber die Schnee kann es gut sein. Manchmal große Fische denken die Schnee oder Insekten. Ich denke, es ist immer wieder relaxant, selbst wenn ich nichts fahre. Es ist ein bisschen wie... nach dem Himmel. Es ist Ihr Bait, ich denke. Komm, es ist etwas von mir. Nein, es ist nicht das Bait, es ist mir. Ich habe immer ein schlechtes Fischer. Besonders mit dir und Hosea. Probierst etwas von mir hier. Kricket. Danke. Grelon, aha. Jo, dann nehmen wir jetzt mal Schwimmer, Angeln, Grillen, Köder, bla. Ja. 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 Es war nicht einfach gut. Noch einen. Come on. Don't rush it, Arty. Okay, let's try for another. He's small, but he might make a nice meal. Ah, keeping you. So, E drücken um Grillköder. Because of the bugs? Yeah, they only feed in the morning and evening, when it's cool and the bugs are out. So, maybe we try a few more and then head back. Fine with me. Hey, what have I done now? Oh man. Another one. Another one. Slowly, slowly. This is an angry one. Look at that. That's a good looking fish. Well done. Good job out here. 2,55. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. Lay back. You wanna join me? Or, uh, you keep trying for these bastards. I'll come. Okay, let's go. So, then show me it's... Hmm. So, then show me it's... How seo? That's it. I'm a hit. Yeah. I'm, uh, and then to add a load. I'm running... You wanna record? I'm running? I'm running out of here. You wanna run? so dann schauen wir jetzt mal was haben wir denn noch wir haben jetzt einmal den dann gehen dann haben wir noch hier unten das ding ja dann gehen wir erst mal hier zu dem war gut dann gehen wir jetzt mal dahin es ist mit ihr dann wir enden in die bernin bargen schade man arthur morgan man in deed und war nah ihr sweating yet dutch of course i'm sweating we're in some disease ridden Dixie-Whistling-Shit-Hole Ich habe gesagt, was Trelawney gesagt hat, über diese Bounty Holes Ich habe keine Sweat, aber vielleicht ein bisschen Perspiration Bis wir wissen, dass wir mehr nicht zu viel Schmerz, wasst du eine gute Lücke auf Sweat Also? Also, ich denke, du solltest Mr. Trelawney eine Besuch und herausfinden, was er weiß, und wer er zu sprechen hat und wer er zu sprechen hat Dann gehen wir doch mal schauen hier Schade, durch den Raubzug eben, wo wir die Pferde geklaut haben ist irgendwie unser anderes Pferdweg, ne? Das ist schade Wo ist er? Hm, da Wo sind wir? Dixie-Whatsch Dixie-Whatsch mit Trelawney über diese Bounty Hunters die uns kommen hoping, dass er uns wissen, wer sie sind oder woher sie kommen Okay Und du bist jetzt Dixie-Whatsch 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 Sie sind nach uns gekommen. Wir haben gar nicht mit dem Geld gemacht. Ja, aber sie wissen das nicht. Natürlich. Trelawney. Ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, aber er ist... er ist ein strangeer. Keine Angst. Er ist nur ein Pferd mit Fancy Brüchern. Aber er wird in den Knochen und Knochen, die resten von uns nicht. Wir müssen ihn finden, bevor er wieder wegkommt. Ich glaube, es ist gerade hier. Begge. Begge. Ich kenne es das, mit dem Feuer draußen. Ich kenne es. Ich kenne es. Niemand kam hier zuerst. So ist es. Bei den Augen der Dinge, es war nicht eine soziale Calle. Begge. 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 So, er sollte er hier schon seitdem. Begge. Versteh dich noch? Versteh dir was da? Was denkst du? Was denkst du? Das Essen ist gar nicht beendet. Es sieht aus, dass er in der Hölle ist. Hm? Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago? But no body? Not yet. There's some blood here. That ain't good. We should get going. Come on, girl. They went down the path here. How's your tracking these days? All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. Yeah. I still ain't sure about that. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. Whoa! Arthur, where are you going? Hmm. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're, uh, we're looking for our friend. I don't think he's here. Uh-huh. Have you seen him? Strange sorta fella? Sorta... Formal? Strange? Sure. Formal? Nah… He uses a cane. Looks a lot like this one. aber was ist denn das jetzt hier warum kann ich den jetzt nicht ich finde das mal voll geil ich glaube hier stimmt irgendwas nicht das ist ja ich bin gleich tot ich kann aber nichts machen grad es ist ziemlich blöd hier ja es war gerade ganz merkwürdig ich konnte nichts machen es ist einfach ein unding gewesen ich konnte drücken was ich wollte ich konnte nicht schlagen keine ahnung vielleicht hätte ich dinge drücken müssen dass ich nicht mehr dann mal das kann es nicht sein auch das ist doch lachhaft ernst wir müssen die mission gleich am besten noch mal neu starten oder ich habe keine ahnung ich kann nichts machen das geht gar nichts das ist merkwürdig gerade ich starte nein ich starte die mission nummer neu keine ahnung das war jetzt doof naja egal aber ich glaube werden vorher machen sollen der spur nicht mehr folgen oder so okay 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 Was? Ich brauche dich für ein paar Worte in der Stadt. Komm schon. Okay. Ja. 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 Ich werde dann gleich jetzt vorher mal das Q drücken oder so, damit für das nicht mehr folgen oder irgendwie sowas. Äh, okay. Der Wagen sah gerade auch ganz merkwürdig aus. Das ist schon wieder voll geil. Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen hier. Hm. Hm. Ja, Escape weglegen. Hm. 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 So, dann jetzt. Wir sind unter den Weg hier. Wie ist deinem Tag in den Tagen? Das war's. Ich denke. Ja. Ich denke. Mach das weg, dann. Nicht den typischen Ort, man kann man sehen, Tralaunee zu sehen. Nein? Normalerweise hat er sich in die beste Hotel in der Stadt. jetzt vielleicht ich hoffe es weil sonst weiß ich nicht was wir machen sollen haben wir sehen wir wir suchen für ein Freund ich denke ich glaube er ist hier hast du gesehen ein strange sort of feller? sort of formal? strange? sure? formal? no so ich hoffe das geht jetzt weil sonst weiß ich nicht mehr weiter was soll denn der Mist ich kann hier gar nichts machen aber auch wirklich gar nichts ich kann mich nicht verteidigen ich kann nicht zuschlagen das ist doch ernsthaft jetzt spiel ähm ne da wollte ich ja gar nicht hin ich muss jetzt noch mal gucken die ist einstellung steuerung tastaturbelegung so jetzt würde ich gerne mal allgemein kamera zu fuß weil es war bis jetzt eigentlich immer zu pferde nein wagenzüge nein angreifen links ja ne waffel haben wir ja gar keine nahkampfangriff e nahkampfblocken r ok r und e ok probieren wir das mal ne r und e das nicht oder wir sind ihr sie 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 Oh, 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 oh. Wo ist Trelawney? Ich weiß nichts. Tell mir wo er ist. Du gehst in die Hölle. Du besser sagst mir jetzt, du scheiße. Okay, okay, für Christ's sake. Sie holen ihn in eine Kabel. Über den Kornfeld. Welche Kornfeld? Rechts! Auf den Weg von Braithwaite Manor. Okay, das sollte es machen. Ja, das Problem wäre, hätten wir den freigelassen, hätte er wahrscheinlich gerade irgendwie, denke ich mal, auch den Leuten Bescheid gegeben oder so. Ja, wir machen sofort weiter. Ich muss jetzt erstmal hier plündern. Die haben zu viel Geld dabei. Wieso? Aber jetzt weiß ich immer noch nicht E und R, warum das jetzt irgendwie... Irgendwie... So, jetzt muss ich aber erstmal schön schauen hier. Ähm... Du okay? Ich bin gut. Was denkst du, dass sie mit Trelawney wollen wollen? Können Sie eine von einhunderten Dinge sein? Es ist einfach nur, ob sie uns beschäftigen. Du denkst, dass er spricht? Natürlich wird er spricht. Er würde seine eigene Freundin zu retten, um eine Train-faire zu retten. Er weiß nicht, wie nicht zu sprechen. Er weiß nicht, wo wir stehen, wo wir stehen. Er weiß nicht. Er weiß nicht. Er weiß nicht. Ich weiß nicht, warum Dutch immer mit ihm dealt. Er ist immer wieder weggekehrt. Er hat seine Worte. Er hat seine Worte. Und, ähm... Loyalität ist wichtig für Dutch. Natürlich. Aber ist Trelawney loyal? Ja, ein bisschen. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ne? Ja. Ja. Nichts ist einfach so leicht, wo Trelawney ist. Ich habe das viel gelernt. Ich meine, wie viel Zeit haben wir gebrochen, bei diesem Fuss aus dem Problem? Er hat irgendwie gewonnen, zu sein, dass er both glücklich und nicht glücklich, bei dem gleichen Zeit. Ja. Das ist eine Art von schauen, aber er findet immer eine Art von uns zurück. Wenn wir ihn überraschen, er bringt uns etwas großartiges. Ich denke, das ist ein gewisses Talent. Ich habe den Fisch auf der Linie. Okay, dann wollen wir mal schauen, ne? Da hinten steht übrigens mein anderes Pferd, sehe ich gerade. Ist aber immer noch außer Rufweite, Pfeifeweite, Hörweite, was auch immer Weite. Das muss sein. Das muss sein. Hold'r. Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. nach diesem Schack, das wird erinnert, wie eine gute Zeit. Put den Mann down, gentlemen. Ist das die Leute? Ich glaube so. Also bist du alive? Ja. Also nicht. Also nicht. Sie werden nicht lange sein. Okay. Go get them, Arthur. I can handle this. Go deal with them, my brothers. Who knows what he told them. Let's get after those sons of bitches. They're trying to hide in the field. Huh? Huh? Come on, where are they? Where the hell are they? Mm-mm. I think I heard something this way. got it. Goddamn. ... me was tomorrow. I think he'll be in doubt about them. We got one more, Charles. Over there... where the birds are. Huh? hm 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 Hey, I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. He's mine! Let me take him and get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Come on. You should have taken the money. I'm a fool. Shit. Thank you. Of course. You okay? Yeah. Fine. Come on. Come on, you baby! Hmm? Ah! You nearly got it! The gunshots are coming! Coming from that barn! Come on! Ah! 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 Damn you! He's backing off inside! Get after him! There he is! Take him out! You can go to hell! I got you! Good. You should be the last of them. All right. Let's go back for Trelawney. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Sure it doesn't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery fella. I wonder how much trouble he brought with him. Haha, I guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Seltenes Rolling Block Gewehr. Ein seltenes Rolling Block Gewehr aus hellem Holz und geschwärztem Stahl. Verziert mit Gravuren. Es gehörte einst einem Kopfgeldjäger, der Joshua Trelawney verfolgte und wurde in einer Scheune bei dem Anwesen der Breitworts gefunden. Mit dieser Waffe sind nur Einzelschüsse möglich. Sie kann Standard, Hochgeschwindigkeit, Splitter, Express und Explosionsgewehr... Okay, Schatten, da, 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 da. Sehr schön. Okay. So, I heard. Haha, sure. What's government agents and bounty hunters... Hm. Of course. Ah, I hope you're right. Mr. Trelawney, where are you? Hm. Over here, dear boy. Mm-hmm. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? Hm. You okay? Never a finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoddermire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the universe. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentleman, for a while. Mm-hmm. I can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Genau, ich muss mein Pferd hier noch rausholen. Vielleicht mit viel Glück. There always seems to be more, more and more Civilization. I want to get back in the open country of the west or what's left of it, but even that ain't the way I remember it. Okay, jetzt ist mein Pferd schon wieder her. So ein Scheiß. Aber ich sehe schon, wir sind jetzt schon eine Stunde zehn dran fast. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Ihr dürft mir natürlich auch so ein Abo dalassen. Kostet euch nichts, tut euch nicht weh und mir hilft es ungemein. Von daher hoffe ich euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin sage ich erstmal ciao. Der Falli.